Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Konferenz Postwachstumspolitiken in Zeiten von Rechtspopulismus. Zunächst einmal einen ganz herzlichen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung dafür, dass sie diese Konferenz mit uns ausrichtet und sie in ihren Räumlichkeiten stattfinden kann. Besonders an Lili Fuhr, dass sie das ermöglicht hat. Darüber hinaus gilt unser Dank dem Deutschen Naturschutzring, der diese Konferenz finanziell und personell auch unterstützt hat. Und unser Dank gilt auch dem Umweltbundesamt und dem Umweltministerium für ihre finanzielle Förderung des Projekts. Danke auch an den Förderverein Wachstumswende für die Projektträgerschaft und einen besonderen Dank an die beiden Kino-Speaker, die nach mir sprechen werden, sowie an alle Workshop-Leitenden und an die Teilnehmenden auf dem Podium und an unserer Fischbowl heute Abend. Und natürlich, last but not least, Ihnen allen für Ihr Kommen. Vorab ein kurzer Hinweis. Es werden Fotos gemacht, wie Sie sehen, die möchten wir im Nachhinein gerne auf unserer Webseite veröffentlichen. Es werden auch Filmaufnahmen gemacht, die werden ebenso im Internet veröffentlicht. Die Filmaufnahmen werden nur vom Podium gemacht. Wenn Sie nicht fotografiert werden möchten, geben Sie der Dame bitte einfach ein Zeichen. So, ich werde jetzt kurz auf die Leitfragen der Konferenz eingehen und im Anschluss kurz unser Projekt vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben und dann eine kleine Zusammenfassung geben von dieser Broschüre, die Sie alle bei der Anmeldung erhalten haben, Postwachstumspolitiken. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an dieser ungewöhnlichen Themenkombination. Postwachstum und Rechtspopulismus erklärt sich ja nicht so von selbst, was das miteinander zu tun haben soll. Auf den ersten Blick nämlich nicht viel. Aber wir möchten auf der heutigen Konferenz mit Ihnen vier zentrale Leitfragen diskutieren, die die beiden Schlagwörter miteinander in Bezug setzen wollen, beziehungsweise gegenüberstellen wollen. Die erste Frage beschäftigt sich mit den Gründen für die Probleme, Krisen und somit auch den Rechtspopulismus letztendlich. Inwiefern kann die Krise des wachstumsfixierten Wirtschaftsmodells als eine der Ursachen für den Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa und in den USA betrachtet werden? Also hat dieses Wirtschaftsmodell nicht gerade die Probleme mit hervorgerufen, auf die jetzt der Rechtspopulismus die einfachen Lösungen anbietet? Die zweite Frage beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Rechtspopulismus. Also Fakt ist, Trump distanziert sich vom Klimaabkommen und die AfD leugnet in ihrem Parteiprogramm den Klimawandel. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft einer ambitionierteren Klima- und Ressourcenpolitik? Die dritte Frage beleuchtet die Alternativen zu den rechtspopulistischen Lösungen. Gerade in Zeiten, in denen einfache Lösungsvorschläge von Rechts großen Anklang finden, braucht die Gesellschaft progressive und emanzipatorische Konzepte. Noch mehr Wirtschaftswachstum ist hierzulande keine sinnvolle Antwort aus unserer Sicht. Im Gegenteil, wir brauchen Visionen für eine wachstumsunabhängige Wirtschaft und Gesellschaft, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. In diesem Sinne möchten wir heute diskutieren, welche alternativen Lösungen eine Postwachstumspolitik zu bieten hätte. Die vierte Frage beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Abgrenzung oder der Notwendigkeit auch der Distanzierung von eben rechten Tendenzen oder Positionen. Also bei all diesen Diskussionen wollen wir reflektieren, wie deutlich sich unsere Positionen von den rechtspopulistischen abgrenzen. Wir wollen darauf achten, dass unsere emanzipatorischen Ansätze nicht von rechts vereinnahmt werden können. Inhaltlich wurde die Konferenz im Projekt Fokus Wachstumswende konzipiert, da dies hier die Abschlusskonferenz dieses Projekts ist. In diesem Projekt haben zentral mitgewirkt unter anderem meine Kollegin Jana Holz. Wo ist sie? Sie wuselt hier die ganze Zeit rum. Sie organisiert bestimmt gerade. Darüber hinaus auch unten an der Anmeldung Janis Eiker. Die beiden haben im Projektteam diese Konferenz mit mir zusammen hauptsächlich organisiert. Des Weiteren danke ich Hermann Ott als unserem Schirmherrn, also Schirmherrn des Projekts, der auch an der Konzeption dieser Konferenz mitgewirkt hat. Und Theresa Klostermayer und nochmal Lilli Vor für die kontinuierliche Beratung. Fokus Wachstumswende ist das zentrale Projekt des Netzwerks mit dem komplizierten Namen Zivile Enquete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Dieses Netzwerk wurde im Nachgang zur gleichnamigen Enquete-Kommission des Bundestags auf der D-Growse-Konferenz 2014 gegründet und seitdem finden vierteljährlich Netzwerktreffen mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Institutionen und Bereichen statt. Das Netzwerk zählt mittlerweile über 150 Mitglieder, also bestehend aus Einzelpersonen, aus zum einen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, dann wissenschaftlichen Instituten, Außeruniversitäre Einrichtungen, politischen Stiftungen, gewerkschaftsnahen Einrichtungen, sozialen Bewegungen, Vereinen der politischen Bildung, auch aus der Verwaltung und, nicht zuletzt, Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Parteien. Im Rahmen des Projekts Fokus Wachstumswende haben wir im Dezember 2016 eine große Fischbowl-Diskussion mit über 100 Teilnehmenden zum Thema Politik ohne Wachstum veranstaltet und im Mai diesen Jahres einen parlamentarischen Abend ausgerichtet, wo wir unter anderem die Politikvorschläge diskutiert haben, die sie in dem Papier vor sich finden. Im vergangenen Dreivierteljahr haben wir in diesem Netzwerk einen Katalog von Politikvorschlägen, eben diesen, gemeinsam zusammengestellt und darüber hinaus Strategien entwickelt für die Vermittlung von wachstumskritischen Inhalten in die Medien, in breitere gesellschaftliche Kreise und in die Politik. Und die Ergebnisse aus diesem monatelangen Prozess finden Sie in der genannten Broschüre. Und die möchte ich jetzt kurz zusammengefasst vorstellen. Also, ich beginne mit dem ersten Kapitel, den Politikvorschlägen. Also, oder mal generell zur Broschüre, die beinhaltet zum einen die Politikvorschläge für eine Wirtschaft ohne Wachstum, zum anderen Kommunikationsstrategien für die Verbreiterung einer Wachstumswende in die Gesellschaft, die Medien und die Politik und am Ende einen Ausblick auf zukünftige mögliche Themen für Enquete-Kommissionen. Nun einen kurzen Überblick über die Politikvorschläge. Dabei handelt es sich um zentrale Vorschläge für Politikmaßnahmen, die eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft ohne Wachstum ermöglichen würden. Sie sollen der bislang stark wachstumsfixierten Politik Alternativen entgegensetzen, die zeigen, wie eine Postwachstumspolitik aussehen könnte. Es handelt sich dabei um Ansätze, die im Postwachstumsdiskurs viel diskutiert werden. Es sind natürlich lange nicht alle. Wir haben uns auf die folgenden acht Bereiche konzentriert. Zum einen so zwei übergreifende Bereiche. Erstmal so die gesamtpolitischen Leitbilder, die immer im Hinterkopf sein sollten sozusagen. Und dann die umweltpolitischen Rahmensetzungen, die für alle Politikbereiche im Prinzip gelten sollten und dann konkret auf Unternehmen, das Themenfeld Arbeit und Soziales, Mobilität, Landwirtschaft, Demokratie und Finanzmärkte. Jetzt kurz ein paar zentrale Vorschläge aus diesen Bereichen herausgepickt. Bei den gesamtpolitischen Leitbildern, dazu ist kurz zu sagen, dass wir aus unserer Sicht eine Postwachstumsperspektive, eine gesamtgesellschaftliche Umgestaltung braucht, auf verschiedenen Ebenen, die sich gegenseitig ergänzen. Und diese Transformation sollte eben durch die Leitbilder geprägt sein, einmal Nachhaltigkeitsziele anstelle von Wirtschaftswachstum als Staatsziel und zum anderen alternative Wohlstandsindikatoren als zentrale Richtschnur für die Politik. Zu den umweltpolitischen Rahmensetzungen, die sollten den anderen Bereichen übergeordnet sein, da alle Politikbereiche Umweltauswirkungen haben und umweltpolitische Maßnahmen natürlich andersrum auch alle Bereiche hineinwirken. Drei zentrale Politikinstrumente, mit denen sich der Umweltverbrauch aus unserer Sicht reduzieren ließe, sind zum einen die Begrenzung des Ressourcen- und Energieverbrauchs, zum Beispiel durch verbindliche Obergrenzen für umweltschädliche Emissionen und den Verbrauch von Ressourcen und durch Steuern auf Emissionen- und Ressourcenverbrauch und den Abbau umweltschädlicher Subventionen. Zum Themenfeld Unternehmen und Märkte, also Sie können das alles übrigens mitverfolgen, wenn Sie in diese Broschüre schauen, einfach um den Überblick zu behalten. Unternehmen sind ja die zentralen Akteure der Wirtschaft oder die mächtigsten auf jeden Fall und die gerade genannten Maßnahmen zur Begrenzung der Nutzung von Natur und Ressourcen würden die Bedingungen für ökologisch wirtschaftende Unternehmen verbessern. Unsere Vorschläge beziehen sich einmal auf die Unternehmensverfassung. Aus unserer Sicht braucht es eine eigene oder erweiterte Rechtsform für demokratisch partizipativ ausgerichtete Unternehmen. Zum anderen sollte die Politik Produkte und Werbung mehr regulieren und die Möglichkeiten und Anreize zur Platzierung von Werbung im öffentlichen Raum begrenzen. Zum anderen braucht es eine Verlängerung gesetzlicher Gewährleistungs- und privater Garantiezeiten. Im Bereich Arbeit und Soziales, ein ganz zentraler Bereich natürlich, weil er die Massen der Menschen betrifft und Arbeitsplätze sind ja auch das meistgenannte Argument für Wachstum, was immer wieder genannt wird, wir brauchen Wachstum für die Arbeitsplätze. Aus unserer Sicht wird aber die Kopplung von Lohnarbeit, Sicherung und Teilhabe infrage gestellt, wenn wirtschaftliches Wachstum ausbleibt und das passiert ja gerade in vielen Ländern. Und in einer Postwachstumsgesellschaft, wie wir sie uns vorstellen sollen, möglichst alle Menschen ökonomisch und gesellschaftlich teilhaben können. Vorschläge, die das dazu führen könnten, wären aus unserer Sicht einmal neue Arbeitsplätze in neuen Bereichen und eine Arbeitszeitverkürzung. Das müsste einhergehen mit einer Verringerung der Lohnnebenkosten. Zweitens eine Umverteilung, eine wirkliche Umverteilung von oben nach unten durch Erhöhung der Vermögens-, Kapitalertrags- und der Werbschaftssteuern sowie eine Finanztransaktionssteuer. Und drittens eine bessere soziale Grundsicherung und eine solidarische Gestaltung der Sozialversicherungssysteme. Jetzt kommen zwei konkretere Politikbereiche, Mobilität und Güterverkehr. Der Verkehrssektor spielt ja eine sehr wichtige Rolle bei der sozialökologischen Transformation, allein schon, weil er besonders starke Auswirkungen auf den Klimawandel hat. Der Energie- und Flächenverbrauch und auch die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich steigen in Deutschland immer weiter an. Auch die Produktion und der Kauf hochmotorisierter Pkw und die Anzahl von Flugreisen nehmen weiter zu. Ein Gegensteuern ist deshalb aus unserer Sicht notwendig, dringend. Und das zum einen durch Verkehrsvermeidung und zum zweiten durch eine verkehrsvermeidende Stadtsiedlungs- und Wirtschaftspolitik und eine Regionalisierung der Wirtschaftskreisläufe. Und, ganz wichtig, durch eine Internalisierung der Umweltkosten. Zum Bereich Landwirtschaft und Ernährung. Ein ganz zentraler Bereich, weil alle Menschen essen müssen. Und man um diesen Bereich nicht drum hinkommt. Also wir brauchen natürlich Landwirtschaft, aber in ihrer heutigen industrialisierten Form trägt sie noch mehr zum Klimawandel bei als der Verkehrssektor. Und das will schon was heißen. Zudem hat sie weitreichende Umweltfolgen und Auswirkungen auf fundamentale Menschenrechte und ist besonders stark von der vom Wachstum geprägten Politik geprägt. Für eine Agrarwende innerhalb einer sozial-ökologischen Transformation schlagen wir deshalb vor, zum einen Massentierhaltung tatsächlich abschaffen. Darunter verstehen wir eine Umlenkung von Subventionen für tierische Produkte hin zu pflanzlichen, die Umstellung der Agrarbetriebe auf eine Kreislaufwirtschaft und deutlich tiergerechtere Haltungsbedingungen. Zweitens die Unterstützung der Umstellung auf biologische und solidarische Landwirtschaft durch die Politik und eine Förderung der biologischen und pflanzlichen Ernährung. Zum Bereich Politik und gesellschaftliche Partizipation. Die Wachstumswende muss natürlich demokratisch gestaltet werden. Gerade in Zeiten sinkenden Vertrauens in die Politik und steigender sozialer Ungleichheit, erstarkendem Rechtspopulismus sind Politik-Nachnahmen notwendig, die zu mehr Demokratie und mehr gesellschaftlicher Partizipation beitragen. Dafür muss unsere Politik mehr auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet sein. Und zwar nicht nur auf die Bedürfnisse unserer Menschen, der heute in Deutschland lebenden Menschen, sondern auch derer in anderen Weltregionen und derer zukünftiger Generationen. Deshalb wünschen wir uns eine Stärkung demokratischer Strukturen und Verfahren. Zum einen durch die Regulierung des Lobbyismus und durch die Stärkung der organisierten Zivilgesellschaft. Eine Maßnahme wäre die Ausweitung des Verbands Klagerechts auf Bundesebene und die Förderung gesellschaftlichen Engagements. Zum letzten Bereich Finanzmärkte. Gleich, fertig. Das Finanzsystem verstärkt die Wachstumsdynamik. Um den materiellen Ressourcenverbrauch und Ökonomie zu reduzieren, muss daher auch die Werteebene schrumpfen. Eine Postwachstumsökonomie kann also nur funktionieren, wenn die Finanzmärkte mehr reguliert werden oder umgestaltet werden. Das bedarf zum einen der Einführung demokratisch kontrollierter öffentlicher Bankinstitute und generell der Stabilisierung des Finanzsektors durch Politikmaßnahmen wie die Transfinanzaktionssteuer, um ein Beispiel zu nennen. Das war es zu den Politikvorschlägen. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Worte zu den anderen beiden Kapiteln sagen. Zweiten Kapitel Kommunikationswege. Werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Visionen und Grundhaltungen, auf denen diese Politikvorschläge basieren, in andere Formate und Narrative übersetzt werden könnten, um sie eben auch in Medien und Politik zu transportieren und in breitere Kreise der Gesellschaft. Hier werden kreative Formate empfohlen, wie beispielsweise positive Geschichten erzählen, auch mal Comics oder mit Positivbeispielen oder Ausstellungen oder auch Exkursionen anzubieten. In Bezug auf die Medien werden folgende Schlussfolgerungen gezogen. Erstens der Blick auf die Alternativprojekte braucht die Verbindung zu einer größeren gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Also Journalistinnen vor Ort gerne zuhören. Diese Vorschläge wurden von anderen Journalistinnen entwickelt. Zweitens die Akteure der Wachstumswende haben viele Verbindungen zu anderen gesellschaftlichen Debatten und sozialen Bewegungen, die man aufzeigen kann. Drittens die gängige Kommunikation muss von wachstumsabhängigem Denken dekolonisiert werden. Viertens Medienmacherinnen tragen aus unserer Sicht die Verantwortung, wachstumsunabhängig zu berichten. Dazu gehört auch, Komplexitäten und Unsicherheiten darzustellen und zu übersetzen. Für die Kommunikation in die Politik empfehlen wir, Irritationen auszulösen auch mal, persönliche Gespräche mit Politikerinnen und Verwaltungsmitarbeitenden zu führen, konkrete und kleine Vorschläge zu formulieren und wissenschaftlich zu untermauern. Oder auch mal Postwachstumswahlprüfsteine zu formulieren. Wäre ganz aktuell. Und die Einbettung der wachstumskritischen Aspekte in eine größere Kampagne zu einem konkreten Politikfeld, wäre wahrscheinlich zielführender, als das abstrakte Thema einmal zu behandeln. Zum dritten Kapitel, dem Ausblick in Bezug auf die Möglichkeit, die Wachstumswende in eine neue Enquete-Kommission des Bundestags zu tragen. In diesem Rahmen werden verschiedene Teilbereiche des Feldes der Postwachstumspolitiken beleuchtet und auf ihre Anschlussfähigkeit an aktuelle politische Themen untersucht, um somit die ausreichsten Themenfelder für weitere Enquete-Kommissionen zu identifizieren. Und zwar, das wären die drei Felder Ressourcenpolitik, Zukunft der sozialen Sicherungssysteme und die Zukunft der Arbeit. Die Autoren kommen hier zu dem Schluss, dass die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme und das Thema Arbeit sehr gute Voraussetzungen hätten, in einer neuen Enquete-Kommission aufgegriffen zu werden. Und besonders auch in Kombination miteinander, weil sie dann die Chance hätten, eine Leerstelle zu füllen, die die letzte Enquete-Kommission zur Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität hinterlassen hat, nämlich die Wachstumszwänge zu mindern. Wachstum und Wohlstand, Lebensqualität hinterlassen hat, Untertitelung des ZDF, 2020